Am Montag, den 9. November, kam es in Magdeburg zu Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, das Infektionsschutzgesetz sowie gegen die Corona-Eindämmungsverordnung. Wie schon in der Vorwoche kamen am Abend des 9. November um 19 Uhr erneut Personen des durchwegbürgerlichen Spektrums auf dem Magdeburger Domplatz zusammen. In Form eines Schweigemarsches mit Kerzen brachten diese ihren Unmut über die Bundes- und Landespolitik zum Ausdruck. Zu diesem Schweigemarsch unter dem Motto »Für Frieden und Freiheit für unsere Kinder« wurde zuvor in den sozialen Medien mobilisiert. Die vor Ort agierenden Polizeibeamten verdeutlichten den in der Spitze bis zu 80 Teilnehmern, dass es sich bei dieser Art von Zusammenkünften um Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes handelt, welche einer Anmeldepflicht unterliegen. Die Personen vor Ort vertraten eine andere Auffassung. Die Polizei weist darauf hin, dass der Aufruf zu einem Spaziergang den gemeinsamen Motiv der Teilnehmer und der gemeinschaftlichen Meinungsgrundgabe nicht den Charakter einer Versammlung nimmt. Dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsgrundgabe wurde durch die Polizei dahingehend Rechnung getragen, dass diese den Aufzug durchführen ließ. Das zum einen nur unter Einforderung der Einhaltung von Hygienevorschriften sowie der Regelungen der aktuellen Corona-Eindämmungsverordnung und des Versammlungsgesetzes. Das zum anderen trotz fehlender Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft der Teilnehmer. Die Versammlung über den breiten Weg zum Haselbachplatz und zurück zum Domplatz verlief unter weitestgehender Einhaltung der Abstandsregeln störungsfrei und wurde um 20.15 Uhr beendet. Im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, das Infektionsschutzgesetz sowie gegen die Corona-Eindämmungsverordnung leitete die Polizei entsprechende Ermittlungen ein.